Adventsgeschichten von Ursel Schäffler Erzähler, YouTube-Glockengießer Der Adventskalender Benni möchte am 1. Dezember unbedingt das erste Türchen am Adventskalender aufmachen. Dann ist morgen Sarah dran, sagt Mama. Ich möchte aber zuerst, sagt Sarah. Ich bin die Älteste. Die Kleinen dürfen immer zuerst, bat Benni, weil die alten Kinder schon länger Adventskalender aufgemacht haben als die Jungen. Dann ist Nils dran, sagt Mama. Der ist der Jüngste. Der kann doch noch nicht mal Zahlen lesen, mault Benni. Dann machen wir es nach dem ABC, schlägt die Mutter vor. Ich will aber zuerst, heult Benni. Du bist dumm, sagt Sarah. Nach dem ABC wärst du der Erste. Dann kommt Nils und ich bin die Letzte. Aber dafür darf ich dann auch das Weihnachtstürchen aufmachen. Ätsch! Woher weißt denn du das? fragt Benni. Weil ich älter bin und weil ich rechnen kann. Jeder von uns darf acht Türchen aufmachen. Und dreimal acht ist vierundzwanzig. Und der, der zuletzt drankommt, macht nun mal das vierundzwanzigste auf. Und das bin ich. Benni klettert schweigsam auf den Stuhl und macht das erste Türchen auf. Es ist ein Hampelmann drin. Wenn Sarah das Weihnachtstürchen aufmachen darf, dann macht es gar nicht mehr so viel Spaß, das erste Türchen aufzumachen. Blöde Sarah! Am nächsten Tag ist Nils dran. Er ist erst 13 Monate alt. Papa muss ihn hochheben. Seine kleinen Finger sind noch ungeschickt. Papa muss ihm beim Aufmachen helfen. Am dritten Tag ist Sarahs Tag. Sie öffnet das dritte Türchen noch vor dem Frühstück. Es ist ein Schrank drin. Der ist voller Geschenke. Die sind alle für mich, sagt Sarah. Benni trinkt seinen Kakao und sagt nichts. Da ruft Sarah plötzlich ärgerlich. Wer hat hinter das vierundzwanzigste Türchen geguckt? Es ist meins. Kein Zweifel. Da ist einer am Adventskalender gewesen, hat das Türchen aufgemacht und mit einem Stückchen Tesafilm wieder zugeklebt. Vielleicht der Papa oder Opa, sagt Benni. Ich war es jedenfalls nicht, sagt Sarah. Die Mutter sieht Benni prüfend an, der seine Nase aber in die Kakaotasse steckt. Man sieht nur zwei große, dunkelbraune Augen. Benni? Warst du's? Ich kann doch gar nicht drauf langen. Ich bin doch zu kurz, ist Bennis ausweichende Antwort. Das ist wieder typisch. Der arme Kleine, murmelt Sarah. Noch wissen wir ja nicht, ob er es wirklich war, sagt die Mutter. Ausgerechnet das vierundzwanzigste Türchen, das Weihnachtstürchen von Heiligabend. Meins, schimpft Sarah. Beim Adventskalender versteht sie keinen Spaß. Das ist doch nichts Besonderes, wo doch jeder weiß, dass beim Adventskalender an Weihnachten die Krippe mit dem Christkind drin ist, sagt Benni. Und woher weißt du das, fragt Sarah. Na, weil es immer so ist, antwortet Benni. Benni, nun gibst doch wenigstens zu, dass du es warst, sagt die Mutter. Mein Tesa ist alle. Ich hab gar keinen genommen, sagt Benni. Aber seine Ausreden überzeugen keinen. Als ich klein war, hat meine Oma mir immer erzählt, dass das Christkind in der Krippe ganz ärgerlich guckt, wenn man das Türchen am Adventskalender vorher aufmacht, sagt der Vater, als er beim Abendessen von dem rätselhaften Adventskalender-Türaufbrecher erfährt. Stimmt nicht, sagt Benni trotzig. Unseres hat gelacht. Benni, rufen alle wie aus einem Mund. Benni, der merkt, dass er sich jetzt verraten hat, rutscht unter den Tisch und sucht nach seinem Turnschuh. Wo ist denn der Benni, erkundigt sich der Großvater, der jetzt zur Türe reinkommt. Hm, unterm Tisch. Er sucht nach einer Ausrede, sagt Sarah. Nein, nach meinem Turnschuh, sagt Benni und haucht wieder auf. Und das Weihnachtstürchen ist fast von selbst aufgegangen beim Hingucken, aber damit Sarah nicht traurig ist, darf sie morgen mein Türchen aufmachen, sagt er großzügig. Dann klettert er zu Sarah auf den Schoß und legt den Kopf an ihre Schulter. Oh, Benni, sagt Sarah und zaust ihm an den Haaren. Man kann dir ja nicht richtig böse sein. Jedenfalls nicht lange.